Am Anfang noch leichter und dann fester. Siehst du sie? Jetzt sieht man richtig, wie die Punkte schmelzen, gell? Jetzt machen wir es... Es ist richtig blau, gell? Das heißt, das ist so gelb, ruhig. Jetzt machen wir das schön warm. Was hast du die Temperatur? Zwischen 1200 und 1400 schon. Und wo die Finger sind? Ich glaube, die Finger sind vielleicht 80. Ich glaube, es war Wärme. Wegen dem Wind, aber nur. Sonst ist es kühler. Aber jetzt ist es echt schön warm, ja? So. Jetzt lassen wir da mal rein. Okay. Und fest. Und toller. Und fest. Bravo. Super. 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 Super Puste wieder einmal. Jetzt können wir da gleich nach der Öse gehen. Bitte nicht so fest. Damit sie sich wieder ruhig umfasst. Nicht so? Nicht so fest. Ja. Das ist ein Glas. Das ist ein Glas, ja. Entspannender. Dann machen wir. Eine Öse. Das ist ein Glas. Entspannender. erhund. Das ist ein Glas. Power! Ich habe einen Klakör ge変ert. Und ab! In den Sand damit! Super! Applaus für die Maja, bitte! Bravo! Danke! Gut gemacht! Fünf Minuten auskühlen und dann... Super!